und weiter geht's mit orient the blind forest letztes mal haben wir unseren doppelsprung gelernt das heißt wir können an stellen an die wir gar nicht hingekommen sind das wird auf jeden Fall stabil dabei nämlich sehr viel zeug das ich holen wollte so wir kommen jetzt nämlich auf jeden fall hier hoch das gute ist dass ich jetzt zwei Picher auf einmal angreifen kann easy easy wir speichern mal hier da ist nämlich so eine energiezelle genau jetzt kann ich fünf auf einmal hier ist noch das hier da unten habe ich alles geholt das heißt wir gehen jetzt ich habe jetzt auch fünf energiezellen genau ich kann jetzt nämlich diese türen öffnen und da oben war auch was was ich holen wollte das ist so neil weg mich aber aber kleiner munk ich laufe auch noch rein wie so ein depp so ich komme hier nicht hin oder was ist wenn ich ich komme da auch nicht runter nein nein ich komme da nicht hin glaube ich außer mir fällt irgendwas ein hier das heißt ich komme da gar nicht hin da flucht da oben ist das ich speichere mal bevor ich hier sterbe und alles wieder machen muss ich werde safe hier sterben ich wüsste gar nicht wie ich da hinkommen soll ah ok sehr schön ach da ist der pisser ähm hätte ich hier nicht hoch können ich hätte da safe hoch können oh shit digga ja Moment 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 oh oh gott ja 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 Scheiße, Alter. Entruder. Ah, will haben. Speichern. Gut, was ich gespeichert habe. Weck mich. Brauche Leben. Fledermäuse. Okay. Moment, 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 ich bin verrückt. Soll ich das echt so schaffen? Ah, Tatsache, okay. Ähm. Was ist das damit? Ah, okay, okay, okay. Stimmt, da bin ich ja vorhin nicht hochgekommen. Ähm. Wir sprechen. Da komme ich nicht hin. Da sterbe ich. Dann gehen wir eben weiter. Jetzt steckt der da fest, der Hund. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Kassia. Okay. Na. Ich kann wieder hoch. Okay. Junge, 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 Junge. Ach. Nein. Nein. Wieso habe ich nicht gespeichert? Nochmal. Ich speichere immer wieder mit dir. Dann ist sie. Nein. Komm. Drei. Nein. Ich will nicht speichern. Mit so viel nicht leben, will ich nicht speichern. Okay, ist sie. So, hier können wir mal wieder ausspeichern. Ja. Komm, Bruder. Komm raus. Ich bedanke dich wenigstens, Dund. So. Oh, okay. Ich wollte eigentlich... Das war eine optische Täuschung. Ich wollte eigentlich auf die Wand da springen. Auf einmal ist da was. Leck mich. Ah. Okidoki. Speichern. Oh. Wir haben die Wasserader. Ich bin kurz abgeguckt. Stabil. So. Ähm. Das heißt, wir müssen zurück. Dahin. Können wir uns doch safe in Teleportieren, oder? Zwischen den Spieler wechseln. So. Wo zum Fick bin ich? Achso, nein, ich muss hoch. Aber auf dem Jinso-Baum war ich doch schon. Kann ich mich da nicht hin Teleportieren? Doch, oder? Hier auf... Da ist doch so mein Teleporter. Mal gucken. Mal gucken. Habe ich irgendwo einen Doppelsprung gebraucht, wo ich noch was holen muss? Sieht nicht so aus. Nein. Ah, wir gucken erst mal, was hier ist. Hm. Gar nicht darüber. Ich weiß gar nicht. Will nicht sterben. Sag dich. Und stopp. Unglücklich habe ich hier gespeichert. Gut. Ähm. Ich probiere es einmal noch. Weil ich habe irgendwie eine Idee, wie ich das mache, aber... Äh. Genau. Aber ich habe nur zwei Leben. Mit zwei Leben wird das nichts, weil ich kassiere auf jeden Fall. Komm, einmal machen wir es noch. Und danach scheißen wir drauf. Dann gehen wir auch. Der zählt nicht. Pff. Digger, ganz ehrlich. Fuck it. Gut, wir gehen hoch. Fuck it. Fuck it. Dieser Typ zielt mit seinen Pfeilen richtig gut, Alter. Ich kann ihn... Ah, brah. Oh, jetzt habe ich wieder volles Leben. An sich könnte ich das ausprobieren. Äh. Nein. Schade drauf. Hm. Teleport. Richtig da. Guck mal, wie der trifft, Alter. Leck mich. Das ist irgendwie gecheatet, was ich mache, oder? Weil normalerweise... Nein. Da komme ich nicht hoch. Okay. Was ist da die Scheiße? Oh, jetzt hilft einer. Leck mich. Also, ein paar. Nein. Rein in die Helle. Guck mal, wie der trifft. Alter, legt mir was. Komm ich da hin, oder nicht? Nein. Oder? Warte. Ah! Nein. Okay, Leute, ich spule kurz bis dahin vor, wo ich zum Teleporten gehe. Bis gleich. So, wir sind beim Teleportieren. Wir teleportieren aus da hin. Zum Dornensumpf. Wahrscheinlich bin ich jetzt so ganz woanders und muss fünf Kilometer laufen. Ah, na, ist sie. Wir haben auch zwei Scale-Punkte. Wir speichern mal hier. Wasserader. Ist sie. Zum Betreten. Okay, wir sind verdorben. Also, nicht wir, das, äh... Ah! Der Baum ist verdorben. Oh Gott, war das knapp gerade. Weg, dich. Weg, Michtiger. Du machst so viel damage! Das hilft so gut. Das ist runter. Gibst du? Äh... War ich schon. Hallo? Kann ich dich zerstören? Was? Kann ich nicht zerstören? Okay, Leute. Moment, Moment, Moment mal kurz, Leute. Ich hab' zwei Skill-Punkte. Hm. Mhm, 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 mhm. Das der Stelle an der Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Das hat... Ich mach' das, weil... Das ist irgendwie schon nice. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Das... Das da erhöht Stärke und Radius. Das ist irgendwie auch nice. Vitalität wird verdoppelt. So, das machen wir auch. Fuck it. Klingt gut. Äh. Nochmal speichern. Guck sie. Gott, das wollte ich nicht. Äh... Bruh. Gibt's hier der Scheiß? Oh Gott. Nein. Die können auch kompizierter gehen sollen. Ich... Okidoki. Wo bin ich? Ja. Äh, wat? Ah, ok. Pfff. Kann ich da drüber springen, oder wie? Nein, kann ich nicht. Äh, ähm. Ja, so, warte. Jetzt. Jetzt. Wo bin ich? Ich bin, äh, verwirrt. Oh nein, ich habe hier nicht gespeichert. Okay, Leute, wir sind wieder hier oben. Weiter geht's. Ich glaube, die nehmen mich die Scheiße schon wieder. Wir speichern hier. Ich kann runter. So. Soll das da hin? Ah, zum Lenken. Jetzt, 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 jetzt. Das wirf mal wieder da runter, dann lande es oben, oder? Okay, 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 ich verstehe, ich verstehe. Wo lande ich hier? Wo bin ich? Ah, Achtung. So, das geht jetzt da durch. Und kommt da raus. Okidoki. Das heißt, ich muss den hier mitnehmen. Ähm. 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 Der muss jetzt wieder da runter. Ich muss da hin. Und der muss da hin. So. Oh. 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 Okay, Leute, sorry dafür. Ich sehe gerade meine Chemistrie zu groß, Alter. weiter geht's. Weiter geht's. Ah. Oh shit, ich wollte erst mal speichern. Speichern wir hier. Scha- Scha-lum, digger. Poichern wir. Oh. Oh der ist jetzt hier. Aua Ist der tot? Nice Tschau Wo bin ich? Ah da unten, ok Ah, ich brauche behindert Speichern Ach so, ich brauche nochmal zwei Aua 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 Ah Speicher Junge Da komme ich nicht hoch Stammbaum Tschüss Das Herz vom Baum, oder? Rehn war agil, er sprintete durch die Luft Ah, wir kriegen neuen Skill Hör auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit Neuer Skill Stoßen, bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen in die du losstürmen möchtest Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung gelenkt Mit Ist das nix? Ist das nice Ist das nice, Tickli? Speichern Boah, schieß mich hoch Ist das nice Äh Echt dir jetzt, das geht? Aber dann kann ich den jetzt ja gar nicht killen Okay, das ist nice Okay, und jetzt Oh mein Gott Ich bin gar zufrieden Ähm, was? Kann ich das jetzt gut machen, sozusagen Warte Ah, jetzt, okay, okay, okay Ich hab's Ah, habe es Verstanden Das heißt Das da geht dahin und das geht dahin Hm Hm, Digga Das ist ja mal So, ultra nice Was geht hier so? Das ist ja wohl Äh So Klar, wo ich das hinschießen muss Aber Äh, okay So So Nein, okay So Ah, ich hab's Jetzt aber Jetzt aber Hm Okay Wie war ich da? Wie war ich das da? Oh, ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie Nein! Ich Idiot! Wo bin ich? Ah, da. Okay, das ist ja mal. Speicher. So nice. Das ist nicht super geil. Okay, das ist ja nicht so geil. Speicher. Okay, uh, we've gott den Janssen. Oh my god, stay in here. Okay, ich konnte das gerade nicht einsetzen. Komisch. 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 Muss ich da echt gut nah ran sein? Guck mal, warte, warte. Okay. Nein, 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 nein. Das wird mein Tod. Okay. Stabil. Boom. Boom. Alter, ist das nice. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Hey, das ist doch geil, Alter. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ist das das Herz? Ich kann gar nicht mehr aufhören. Okay, ähm, hm, ich hab's verstanden, aber wenn ich das mach, ich sterb doch da die ganze Zeit. Okay, auch nicht in seine Richtung. Ja, ich kenn mich selbst, aber. Okay, okay, so kann ich funktionieren. Nein! 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 Oh, okay. Äh, bin verwirrt, wo ich hingehen muss. Da komm ich gar nicht hoch, okay. Auch mit dem, mit dem Stoß ging's nicht gerade. Puh! Ich will irgendwie nicht aufhören, wir machen noch ein bisschen weiter auf jeden Fall. Ähm, da auch nicht hoch. Ach so, von da, okay. Ah, das ist das Herz. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Einmal nach links, einmal nach rechts. Hm. Spächer! Puh! Puh! Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere. Fickt euch!